Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister. Ich habe viele Entscheidungen getroffen und viel Kritik ausgehalten. Wer regiert Deutschland? Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land. Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld von The Pioneer und Robin Alexander von Welt. Spiel das Maunen, völlig schwere Blut. Völlig losgelöst vom Regieren schwebt die Ampelkoalition. SPD, Grüne und FDP haben auf Wahlkampfmodus umgeschaltet. Womöglich, weil sie davon ausgehen, dass auf den Herbst der Entscheidung der Winter der Neuwahlen folgt. So haben die Sozialdemokraten vor rund zwei Wochen ihr Strategiepapier für den Bundestagswahlkampf verabschiedet. Vergangene Woche hat Olaf Scholz dann einen Industriegipfel zur Arbeitsplatzsicherung angekündigt, der allerdings nicht mit den Koalitionspartnern abgesprochen war und damit kein Regierungs-, sondern ein SPD-Projekt ist. Nun hat Robert Habeck von den Grünen seine Wachstumsstrategie präsentiert. 14 Seiten Papier, die durchaus als Konter auf Scholz zu verstehen sind. Und Christian Lindner, der Dritte im Bunde, der will eine Unternehmenssteuerreform, von der er selbst sagt, sie lasse sich in dieser Regierung nicht umsetzen. Über eine Koalition zwischen Ausbrechen und Aufbrechen geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über den Nasenring, an dem sich die CDU laut Friedrich Merz nicht von Sarah Wagenknecht durch die Manege ziehen lassen will, auch wenn die BSW-Chefin heftig an diesem Ring zerrt. Und wir blicken anlässlich des Jahrestreffens der Ministerpräsidenten auf eine bemerkenswerte Entwicklung in den Ländern, die nach der Lesart von Alexander Dobrindt von Romantikern regiert werden. So viel geschafft wurde, es reicht nicht, um Deutschland in einer völlig veränderten Weltlage in Europa wettbewerblich neu und stark zu positionieren. Deswegen dieses Update für die Wirtschaft, das Impulspapier, das ich geschrieben habe, um aus wirtschaftspolitischer Sicht als Anwalt der Wirtschaft und damit natürlich des Fundamentes für stabile Volkswirtschaft und damit stabile Demokratie in Deutschland Beiträge zu leisten. Unter der Rettung der Demokratie macht er es nicht, der gute Robert Habeck. Es sind die Worte des Wirtschaftsministers, mit denen er sein 14-seitiges Papier präsentiert, das den Titel Update für die Wirtschaft, Impuls für eine Modernisierung trägt. Robin, wie der Titel schon verrät, mit konkreten Regierungshandeln hat dieses Papier zumindest noch nicht sehr viel zu tun. Ja, nicht nur noch. Das wird auch nichts mit konkreten Regierungshandeln. Ich wollte ein bisschen Spannung in die ganze Sache reinbringen. Okay, ja. Also ich finde, man muss sich das wirklich krass vorstellen. Da legt der Wirtschaftsminister so ein Papier vor, mit großem Aufschlag, also Tag vorher der Bild-Zeitung gegeben, dann alle eingeladen, Pressekonferenz und so weiter. Und der Regierungssprecher wird dazu befragt. Und der Regierungssprecher sagt, ich zitiere jetzt paraphrasierend, nö, das wäre nicht in der Regierung abgestimmt, macht aber nichts, weil jeder kann ja zur Diskussion was beitragen. Und das geht so nicht. Also wenn ein Wirtschaftsminister ein Konzept vorstellt, sollte er vorher da mit seinen Koalitionspartnern drüber gesprochen haben. Zur Ehrenrettung des Habeck müssen wir aber sagen, das war ja nur ein Konter. Damit angefangen hat Olaf Scholz. Genau. Also der Industriegipfel, den ich eingangs schon erwähnt habe und der kommende Woche stattfinden wird, der ist ja sozusagen die Mutter des wirtschaftspolitischen Wettbewerbs oder besser gesagt der wirtschaftspolitischen Alleingänge, die jetzt in der Ampel gerade in Mode gekommen sind. Ja und vielleicht ist es auch eher die Stiefmutter oder die böse Tante, weil Hörer dieses Podcasts haben ja in der letzten Woche noch gehört, wie wir über die Regierungserklärung von Olaf Scholz sprachen. Also ich rekapituliere mal kurz. Er muss eine Regierungserklärung machen, weil das so vorgesehen ist vom EU-Rat. Der EU-Rat geht über Migration. Er will aber nichts über Migration sagen, weil er seine eigene Fraktion mit Migrationsthemen angesteckt hat, muss improvisieren und improvisiert ein Pakt für Industrie. Also sagt, ich werde die großen Stakeholder bei der Industrie einladen und dann sprechen wir, was jetzt gemacht wird und das wird dann gesetzt. Und das Interessante ist, schon als wir das damals hörten oder besser gesagt sahen, sah man viele Fragen die Gesichter im Bundestag und auch auf der Regierungsbank. Und dann habe ich das ein bisschen nachrecherchiert für die Welt am Sonntag. Und tatsächlich ist es so, der hatte sowohl seinem Finanzminister Christian Lindner als auch dem Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Wirtschaftsminister ist ja für einen industriepolitischen Aufschlag vielleicht nicht ganz trivial, hatte Scholz erst am Morgen Bescheid gesagt. Also die Regierungserklärung ist mittags und vormittags ist das Kabinett und nach dem Kabinett hat Olaf Scholz en passant seinen beiden wichtigsten Ministern gesagt, übrigens, ich schlage auch noch so ein Gespräch mit Verbänden vor. Also komplett aus der Hüfte, komplett improvisiert, komplett unabgesprochen. Oh nee, mein Datenvolumen ist schon wieder aufgebraucht. Du, das kenne ich gar nicht, denn mit meinem Vodafone Gigadepot passiert mir das nicht. Denn ich kann einfach übrig gebliebenes Datenvolumen aus dem Vormonat nutzen. Okay, das heißt, wenn du 50 Gigabyte Datenvolumen hast und in einem Monat nur 47 verbrauchst, dann hast du im nächsten Monat drei mehr, also 53 Gigabyte? Genau. Sobald mein reguläres Datenvolumen verbraucht ist, nutze ich automatisch mein Gigadepot. Und das darf ich dann innerhalb desselben Rechnungsmonats verwenden und surfe weiter wie gewohnt. Das ist ja super. Dann wechsle ich jetzt auch zu Vodafone. Dafür geht Scholz jetzt mit diesem Gipfel hausieren. Am Dienstag war der Arbeitgebertag, eine Veranstaltung der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in Deutschland. Großes Aufgebot und auch Olaf Scholz trat dort auf und hielt eine Rede. Und da hat er zu diesem Industriegipfel Folgendes gesagt. Dauerhaft günstige Energiepreise, weniger Bürokratie und weniger Regulierung, mehr Investitionen, sichere Industriearbeitsplätze. Darum geht es. Da müssen wir ran. Und zwar gemeinsam mit Unternehmen, Industrieverbänden und auch Gewerkschaften. Noch diesen Monat treffen sich auf meine Einladung Kanzleramt viele, um daran zu arbeiten, wie das gelingen kann, dass wir in der Industrie Arbeitsplätze schaffen. Robin, bemerkenswert ist das Wort viele, weil Kritik an diesem Gipfel ist, dass Scholz zwar Vertreter der Industrie einlädt, aber aus Handwerk, Mittelstand, Dienstleistungen, Start-ups niemand vertreten ist. Also er konzentriert sich auf die Industrie und auch der von dir eingespielte O-Ton. Der klingt ja so ein bisschen wie eine SPD-Wahlkampfveranstaltung. Also wer wäre denn dagegen, gegen das, was er da sagt? Und er hat sich dann auch gleich eine harte Kritik eingefangen. Also Christian Lindner hat gesagt, das darf nicht politisch gelenkte Subventionswirtschaft werden. Also eine härtere Kritik hätte auch die Opposition nicht bringen können. Ja und so hat man jetzt die Situation, eine Ampelregierung, wo der Kanzler mit wenigen Stakeholdern spricht, der Wirtschaftsminister etwas vorschlägt, von dem alle wissen, es hat keine Mehrheit. Und jetzt müsste eigentlich nur noch der Finanzminister mit etwas Drittem um die Ecke kommen. Ich bin mir sicher, da wird was kommen, lieber Robin. Aber wir sollten noch einmal auf die Habeck-Vorschläge, auch wenn du schon gesagt hast, die werden nie Wirklichkeit werden, eingehen. Unser Kollege Philipp Vetter hat sich das ganze Papier durchgelesen und er kommt zu dem Schluss, das Papier sei ein Best-of der Habeck-Ideen der letzten Jahre, die in der Ampel alle nicht Wirklichkeit geworden sind. Von konsequenten Praxischecks zur Bekämpfung der Bürokratie bis hin zu einer europäischen Militärforschungseinrichtung nach amerikanischem Vorbild. Also da ist jede Menge drin. Und dann hat er noch eine alte Idee in neuem Gewand präsentiert, nämlich den Deutschlandfonds, mit dem jede Investition, die Unternehmen in Deutschland tätigen, mit 10 Prozent subventioniert werden sollen. So viel also zum Lindner-Wort von der staatlich gelenkten Subventionswirtschaft. 10 Prozent auf alles, das haben die Kollegen der FAZ ganz charmant getitelt. Und Robin, mich erinnert dieser Fonds an einen Vorschlag, den Habeck im Februar im Bundestag gemacht hat. Damals offenbar auch sehr spontan und unabgesprochen. Lass uns noch mal hören, was er im Februar 2024 gesagt hat. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zu Recht wollen, nämlich über Tax Credit, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft. So Robin, dieser Deutschlandfonds ist jetzt quasi die Weiterentwicklung dieser Idee. Aus diesem Fonds sollen noch finanziert werden Infrastruktur und Reduzierung der Stromkosten, aber letztlich auch in Form eines Sondervermögens. Oder fällt dir eine andere Finanzierung ein? Ne, also das stand ja auch zumindest noch in dem Bildartikel, der sozusagen Habecks Vorschlag eingeläutet hat, dass man das über ein Sondervermögen machen müsste. Und das ist so ein bisschen langsam, kann man es nicht mehr hören, weil es gibt echt keinen grünen Vorschlag, wo nicht der Appendix kommt zur Finanzierung, müssen wir ein Sondervermögen machen. Neulich, glaube ich, sogar die grünen Innenpolitiker schlugen irgendetwas nach Solingen vor und sagten auch dafür, wir hätten ein Sondervermögen gebraucht. Ne, also was Habeck da macht, ist tatsächlich, das ist klassisch Wahlkampf. Alles, was du in der Legislatur nicht durchsetzen konntest, fegst du zusammen, machst eine neue Schleife drum und stellst es halt vor den Wähler. Wäre auch okay, wenn jetzt in sechs Wochen Wahlen wären. Aber offiziell sind ja noch nicht in sechs Wochen Wahlen. Noch gibt es ja offiziell eine Regierung. Und da ist es schon ein Problem, dass, wie gesagt, angefangen hat Olaf Scholz, da jetzt jeder seinen eigenen Stiefel macht. Und die Tax Credits von Robert Habeck sind natürlich abgeschrieben von den Tax Credits von Joe Biden, was in den USA tatsächlich funktioniert. Und es wäre auch nicht die von Lindner beklagte, politisch gelenkte Subventionswirtschaft, weil es ja jeder kriegt, also außer Bauwirtschaft. Also du kriegst für jede Investition 10 Prozent dann halt sozusagen als Investitionsprämie. Man kann über das alles reden, nur es ist halt wirklich schwierig, in einen politischen Bearbeitungsmodus zu kommen, wenn eine Regierung so tut, als macht sie Vorschläge. Weil es ist ja der Wirtschaftsminister, der Kanzler, der Finanzminister. Der Vorschlag ist dann aber in Wirklichkeit SPD oder Grüne oder FDP-Vorsitzender. Das macht es problematisch. Ich gebe dir ein anderes Beispiel aus einem anderen Bereich. Christian Lindner hat in dieser Woche vorgeschlagen, man sollte beim Bürgergeld für die Ukrainer was ändern, nämlich denen einfach die Wohnkosten pauschal überweisen, also nicht mehr angepasst an die Miete. Und normalerweise würde man jetzt Leute anrufen in der Opposition und sagen, was halten sie davon, ist das ein gangbarer Weg? Aber wenn man das tut, dann sagen die, dazu muss ich mich gar nicht verhalten, weil das ist ja sowieso nicht in der Ampel geeint. Und das wird auch in der Ampel nicht geeint. Und das stimmt. Und daran leidet gerade der gesamte politische Prozess, dass wir die Probleme nicht bearbeitet kriegen, weil wir keine Regierung haben, die als solche sich verhält. Und wie sie sich derzeit verhält, Robin, deutet da nicht alles darauf hin, dass sie längst mit dieser Koalition abgeschlossen haben und offenbar glauben, sie kommen nicht über den Herbst hinaus und laufen sich jetzt schon warm für einen Wahlkampf, der dann wohl anstehen würde? Ja, die Hinweise darauf verdichten sich. Wobei man dann natürlich sagen muss, wenn sie es so meinen, dann sollen sie es auch beenden. Im Hinterzimmer. In Sachsens Hinterzimmern haben die Sondierungsgespräche zwischen CDU, SPD und BSW begonnen. In Thüringen haben diese drei Parteien in der vergangenen Woche ein Sondierungspapier vorgestellt. Und landespolitisch sind in beiden Ländern die Schnittmengen groß. Doch es geht um mehr bei diesen Gesprächen. Die Frage von Krieg und Frieden, von weiteren Waffenhilfen für die Ukraine und die Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen. In den Ländern waren CDU und BSW auf gutem Weg, eine gesichtswahrende Lösung für beide zu finden. Doch dann gab Sarah Wagenknecht den Kollegen vom Bericht aus Berlin ein Interview, in dem sie letztlich Friedrich Merz der Kriegstreiberei bezichtigte. Herr Merz hat diese Woche im Bundestag eine Rede gehalten. Wenn man das umsetzen würde, was er gefordert hat, das würde bedeuten, dass Deutschland in einen Krieg mit Russland eintritt. Das ist hochgefährlich. Wenn wir mit seiner Partei koalieren, dann muss natürlich deutlich werden, auch für unsere Wählerinnen und Wähler, dass sich die Landesregierungen von einem solchen Kurs deutlich absetzen. Robin, diese Äußerung von Sarah Wagenknecht, die ist doch nichts anderes als ein Torpedieren der Verhandlungen in den ostdeutschen Ländern. Von den Landes-CDU-en zu verlangen, sich von ihrem Parteichef und Kanzlerkandidaten zu distanzieren, das ist doch eine Verunmöglichmachung von einer Zusammenarbeit. Es ist der Versuch. Aber das Interessante ist, ob dieser Versuch gelingt. Der O-Ton, den du eingespielt hast, von Sarah Wagenknecht, der ist aus dem Fernsehen vom Sonntag. Der hatte aber eine total interessante Vorgeschichte. Also wir spulen nochmal zurück. Es gibt drei ostdeutsche Landtagswahlen, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und bei allen Wahlen kommt raus, es gibt nur Mehrheiten ohne die AfD, wenn man das BSW mit an Bord nimmt. Also die Partei von Sarah Wagenknecht, die neue Partei. Daraufhin beginnen Sondierungen in diesen Ländern. Und nach sieben Wochen liegt ein Sondierungsergebnis vor. In Thüringen berät der Vorstand. Und das Interessante ist, Wagenknecht hat ja diese Hürde aufgebaut, die kommenden Landesregierungen müssen sich in ihren Koalitionsvertrag von der Ukraine distanzieren und von der NATO und von der Abschreckung und so weiter. Also alles, was fälschlich unter dem Stichwort Frieden zusammengefasst wird. Das soll alles in die Präambel. Aber in diesem vereinbarten Sondierungspapier in Thüringen steht, wir machen die Präambel erst in den Koalitionsverhandlungen. Also die haben schon über alle Themen gesprochen, sind auch weit gekommen, haben sich kennengelernt, verstehen sich dem Vernehmen nach auch gut und haben das, worüber Wagenknecht das noch kaputt machen will, nach hinten geschoben. Ja, aber Wagenknecht hat nun die Messlatte noch einmal klar festgelegt. Langsam, langsam. Nicht nur der Teufel steckt im Detail, es ist auch wirklich diesmal wieder hochspannend im Detail, wenn ich dich dahin entführen darf. Und die Hörerinnen und Hörer. Aber ja, Robin, mach den Teufel des Details. Ich freue mich. So, die sondieren und sind sich von Schulpolitik über Abschiebeplätze bauen und so weiter einig und haben halt das, worüber es laut Wagenknecht scheitern soll, nach hinten verlegt. Und jetzt soll der Landesvorstand des BSW in Thüringen dieses Sondierungsergebnis erstmal akzeptieren, um dann in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Und die machen eine Vorstandssitzung und dort lässt sich Frau Wagenknecht zuschalten. Also sie reist nicht nach Erfurt, sondern sie lässt sich vom Flughafen aus zuschalten und macht Druck, dass der Landesvorstand sich nicht traut, dieses Sondierungsergebnis anzunehmen. Ja, das ist am Freitag. Am Samstag dann macht Katja Wolf die Gegenspielerin von Frau Wagenknecht. Gegenspielerin von Frau Wagenknecht, aber BSW-Mitglied und Spitzenkandidatin des BSW in Thüringen und Verhandlungsführerin. Das muss man einmal sagen. Sie ist nicht aus einer anderen Partei. Ja, ja, und hochinteressant. Frau Wolf kommt aus einer SED-Familie, also Vater Brigadier auf der LPG aufgewachsen und so weiter, machte nach der Wende in der PDS Landespolitik und war immer dort schon auf dem Realo-Regierungsflügel. Also entgegen der normalen Lesart, der Wagenknecht-Flügel habe sozusagen die Realos abgesprengt und sich rechtsgewirkt jetzt selbstständig gemacht, ist hier der alte Gegensatz zwischen Wagenknecht und Realos mit eingewandert ins BSW. So, und diese Frau Wolf, die sondiert hat, der Frau Wagenknecht vom Flughafen aus gesagt hat, du darfst hier nicht zustimmen am Freitagabend, gibt daraufhin am Samstag ein Interview bei unseren Freunden von Zeit Online. Und in dem Interview sagt Frau Wolf, ich zitiere, es gibt in Thüringen keine Alternative zu einer stabilen Landesregierung. Frau Wagenknecht weiß, wie ich ticke. Zitat Ende, also übersetzt, klar, mache ich das, muss ja sein. Nächstes Zitat, Frau Wagenknecht ist auf die Bundestagswahl fokussiert und hat Sorge, dass wir durch unseren pragmatischen Thüringer Stil ihr Wahlkampfkonzept einer klaren Abgrenzung zu anderen Parteien kaputt machen. Zitat Ende, also Klartext, Frau Wagenknecht interessiert sich überhaupt nicht für Thüringen. Und dann mein persönliches Favorite, dann deutet Frau Wolf in dem Gespräch mit Zeit Online an, wie denn diese Präambel sein könnte. Also wo sich ja nach der Vorstellung von Frau Wagenknecht die CDU von der Westbindung distanzieren soll. Und ich zitiere wieder, Frau Wolf sagt, in dieser Präambel könnte stehen, Zitat, wir sprechen uns gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf Thüringer Boden aus. Zitat Ende. Niemand hat die Absicht, mit den Streckenraketen auf Thüringer Boden zu errichten. Ja, das wäre auch hart, weil der 2-plus-4-Vertrag in Deutschland nach der Wende unterzeichnet, schließt das aus und es hat auch noch niemand verlangt. So, also es ist ganz klar, Frau Wolf hat sich geärgert, dass Frau Wagenknecht ihre Vorstandssitzung und das Sondierungspapier kaputt machen wollte und ist an die Öffentlichkeit gegangen, um zu sagen, so geht's nicht. Und daraufhin kommt dieser harte Return, Merz will den Krieg und die CDU muss sich von ihrem eigenen Bundesvorsitzenden distanzieren, den du eingespielt hast. Ja, so, also wir haben diese beiden hochinteressanten Frauen, die sich jetzt wirklich öffentlich die Instrumente gezeigt haben. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Wer sitzt denn von beiden am längeren Hebel, Robin? Ja, total interessante Frage. Frau Wolf sitzt im Landtag, war die Spitzenkandidatin, aber nach Sarah Wagenknecht ist ja der ganze Laden benannt. Also das ist ja ihre Partei, wie noch nie eine Partei einem Menschen gehörte. Und wenn es bis zum Letzten geht, wenn es tatsächlich darum geht, wer hat in der Partei das Sagen, dann empfiehlt sich ein Blick in die Satzung des BSW, und da findet man unter Paragraf 15 Ordnungsmaßnahmen gegen Gliederungen. Also der Landesverband in Thüringen ist ja eine Gliederung. Unter Paragraf 15 Absatz 2, ich zitiere, zulässige Ordnungsmaßnahmen sind die Auflösung und der Ausschluss der Gliederung sowie die Amtsenthebung des Vorstands derselben. Also wenn es Frau Wagenknecht zu bunt wird, kann sie Frau Wolf und, ich glaube, Genossen nennen die sich nicht, also kann sie Frau Wolf und ihre Freunde in Thüringen komplett aus dem BSW rausschmeißen. Also entweder der Thüringer Landesverband und Katja Wolf emanzipieren sich von Sarah Wagenknecht und machen gegen den Willen der Vorsitzenden Koalitionsverhandlungen und schließen einen Koalitionsvertrag ab. Damit würde aber Sarah Wagenknecht als die Namensgeberin der Partei und Kursvorgeberin der Partei, was sie ja selbst für sich in Anspruch nimmt. Sie nimmt ja auch für sich in Anspruch, bei den Verhandlungen auf Landesebene mitsprechen zu dürfen, was ja absolut ungewöhnlich ist. Sie wäre demontiert, würde es zu einem Koalitionsvertrag kommen. Wenn Katja Wolf Sarah Wagenknecht unterliegt, dann hat die CDU ein Problem. Wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde auch, wir hören ja im Moment viele Berichte, ja, die CDU ist unter Druck und BSW macht mit der CDU, was er will und so. Und ich sehe das gar nicht. Weil, also die CDU hat doch am Anfang gesagt, natürlich haben wir keinen Bock, mit dem BSW irgendwas zu machen. Wir tun es, weil es die einzige Form ist, eine Regierung ohne die AfD zu bilden und sonst in Thüringen der Höcke droht. Also man hat sich gegen die Gesinnungsethik für die Verantwortungsethik entschieden. Das ist klassisch Union. Das halten die auch durch. So, und jetzt, wenn das tatsächlich von Frau Wagenknecht in die Luft gesprengt wird, dann kann die Union auch sagen, wir haben es versucht. Aber dass die Union sich unter Druck setzen lässt von Wagenknecht im Moment, ich finde, dafür gibt es Indizien. Und dass zum Beispiel Mario Vogt, der thüringische Landesschef, der gerne Ministerpräsident werden möchte, als Reaktion auf Wagenknechts Interview bei Twitter dann ein Bild von sich und Merz Seite an Seite postet und eine Union oben drüber schreibt. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit. Er hat aber offenbar das Gefühl, er muss Wagenknecht etwas entgegensetzen. Ja, aber warum? Sie sagt im Fernsehen, ich erwarte, dass die Thüringer CDU sich von Friedrich Merz distanziert. So, und er macht kein Interview, er macht kein O-Ton, sondern er postet ein Foto mit Merz und schreibt drunter eine Union. Was heißt, machen wir nicht? Noch ein Indiz dafür, dass die Union unter Druck ist. Es gibt ja die Initiative von Frank Saarfeld und anderen, einen Unvereinbarkeitsbeschluss auch für das BSW herbeizuführen. Die hat nach dem Wagenknecht-Interview noch mal ordentlich Auftrieb bekommen. Ja, Herr Saarfeld schickt mir auch immer tüchtig WhatsApp-Nachrichten, aber ich glaube, das ist nicht repräsentativ für die Partei. Weil es weiß doch jeder, dass der Merz das nicht freiwillig macht. Oder auch Mario Vogt oder Michael Kretschmer. Also die haben doch nicht den Plan gefasst, wir müssen jetzt mit Frau Wagenknecht zusammen irgendwie uns von der NATO distanzieren. Sondern sie tun es aus der von mir beschriebenen Zwangslage. Hilft ja nichts. Die müssen sich darin ja verhalten. Und ich glaube, jetzt, wo wir aufnehmen, ist Mittwoch. Seit Sonntag ist ja in dem Duell der beiden Frauen nichts passiert. Also das Schlimmste, was die CDU machen könnte, wäre jetzt zu zucken. Und sozusagen zu zeigen, dass sie auf Wagenknecht-Drohung eingehen. Aber wenn sie nichts machen, dann kommt die Machtprobe im BSW. Und dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Und egal, wie es ausgeht. Also wenn Katja Wolf obsiegt und die kriegen eine Präambel, wo irgendwie drinsteht, wir sind für den Frieden. Und Frau Wolf wird da Finanzministerin und die machen in Thüringen eine Politik dann, die ja in Sachen Schule und Flüchtlinge und Ähnliches in Wirklichkeit viel einfacher mit der CDU zu machen ist, als wenn die CDU zum Beispiel wieder mit den Grünen da was machen müsste. Dann ist der Prozess doch aus deren Perspektive gut gelaufen. Und wenn Frau Wagenknecht über Frau Wolf obsiegt und es gelingt ihr, dieses Projekt zu torpedieren, dann ist doch der Beweis da, dass man es versucht hat und dass dieses BSW tatsächlich eine Propagandanummer ist, um Frau Wagenknecht zur Bundestagswahl zu tragen mit Klauken und Trompeten, aber kein reales Projekt ist, um Politik zu machen. Es gibt einen Grund zu feiern und du kannst dabei sein. Seit 60 Jahren setzt sich die Aktion Mensch aktiv für eine inklusive Gesellschaft ein. Und bei der großen Jubiläumsverlosung hast du die Chance auf Gewinne im Gesamtwert von 25 Millionen Euro extra. Mit dem Kauf eines Loses kannst du noch bis zum 3.11. an der Jubiläumsverlosung teilnehmen und damit rund 8.500 inklusive Projekte pro Jahr unterstützen. Mit dem Code EXTRALOS erhältst du zu jedem Kauf ein Gratislos dazu und sicherst dir damit eine zusätzliche Chance bei der großen Jubiläumsverlosung. Einfach den Code EXTRALOS im Warenkorb eingeben oder direkt auf unsere Website gehen www.aktion-mensch.de Die Erkenntnis der Woche In den Bundesländern, in denen die Grünen zusammen mit der CDU in Regierungsverantwortung sind, wollen sie eine Migrations- und Asylpolitik, die deutlich über den Kurs der Ampel hinausgeht. So brachte am Freitag Baden-Württemberg, das einzige Land mit einem grünen Ministerpräsidenten, einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein, der unter anderem weitere Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien fordert und Drittstaatenlösungen. In dem Antrag heißt es, das Recht auf Asyl schließt keine Wahlfreiheit im Hinblick auf den Staat der Schutzgewährung ein. Wer in Deutschland Asyl beantragt, könnte in einen sicheren Drittstaat überführt werden, wo ihm verlässlich Schutz gewährt wird. Robin, werden da von der Landesebene aus die Grünen im Bund zu einer Kursveränderung gedrängt? Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Und das ist echt spektakulär. Und ich finde, es haben noch nicht genug Leute bemerkt. Es hat ja schon vor diesem Antrag aus Baden-Württemberg angefangen, nämlich mit gemeinsamen Initiativen der schwarz-grün regierten Länder, Schleswig-Holstein, NRW und eben auch Baden-Württemberg. Ja, genau. Also da passiert eine Entwicklung. Parallel, also auf der Grünen-Seite, gibt es erstmal ja eine Personalveränderung. Du erinnerst dich, Ricarda Lang und Omid Nouripour werden von Robert Habeck recht unsanft aus dem Parteivorsitz gedrängt. Alles konzentriert sich auf die Personalien. Dabei ist aber auch eine inhaltliche Ansage verbunden, nämlich, dass man zu einem realistischeren Kurs in der Migrationspolitik kommen will. Und das wird nicht über die Bundesebene gespielt, weil nämlich in der Bundestagsfraktion Robert Habeck dafür gar keine Mehrheit hätte, sondern über die Landesebene, über die schwarz-grüne Koalition in NRW. Dort regiert Henrik Wüst mit Mona Neubauer und sie haben eine grüne Ministerin, die zuständig ist für Flüchtlinge, Josefine Paul und in der Defensive ist, weil Solingen war in NRW und Frau Paul war auch verantwortlich, politisch für die Versäumnisse, die möglich gemacht haben, dass der Messerattentäter dort überhaupt noch war, wo er längst hätte außer Landes gebracht werden sollen. So, und aus dieser Situation geschieht etwas, dass zuerst die schwarz-grüne Landesregierung in NRW sich auf einen Vorschlag zur Verschärfung der Migrationspolitik und der Sicherheitspolitik einigt. Und diesem Vorschlag tritt dann das schleswig-holsteinische Landeskabinett bei. Also wieder eine schwarz-grüne Landesregierung, die von Daniel Günther und als drittes die grün-schwarze von Baden-Württemberg, geführt vom Ministerpräsident Kretschmann. Und diese drei schwarz-grünen Länder machen nicht nur Gesetze eben in ihren Ländern, sondern machen daraus auch eine Bundesratsinitiative. Und die hat es wirklich in sich. Da steht zum Beispiel drin, dass es schnellere Verfahren geben soll für Asylbewerber, die aus einem Land kommen, wo die Anerkennungsquote unter 5 Prozent ist. Und das ist ja nichts anderes als ein neues Wort für sichere Herkunftsländer. Also was die Grünen seit 17 Jahren immer wieder verlangsamt aufgehalten, nur unter großem Murren zugestanden haben, wäre damit gelöst. Das sieht auch vor Abschiebung syrische und afghanische Straftäter in diese Länder. Das sieht auch vor EU-Asylverfahren an der EU-Außengrenze. Also wie gesagt, wir reden immer noch über eine mit von den Grünen getragene Initiative. Und wenn du dir dann anguckst, was die in NRW machen, die haben beschlossen, in NRW eine neue Abschiebehaftanstalt zu bauen. Die haben beschlossen, neue Asylkammern einzurichten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die haben beschlossen, Quellen-TKÜ, also dass die Polizei die Daten länger sehen darf. Und noch ein paar Sachen mehr. Aber tatsächlich tragen die Grünen Dinge mit, wo man A sagt, sind das wirklich die Grünen? Und um dir einen Eindruck zu geben, wie dramatisch das ist, als Henrik Wüß das seiner Landtagsfraktion in NRW vorgestellt hat, viel Teilnehmerangaben, danach der folgende Satz, das ist wie, wenn wir aus Atomkraft und Wehrpflicht gleichzeitig ausgestiegen wären. Also so ist die Bewegung bei den Grünen. Und im Bundesrat hat Winfried Kretschmann dazu gesagt, ja klar, wollen wir Druck ausüben auf die Grünen im Bund. Man hat also eine Bewegung aus der schwarz-grünen Fläche auf die grüne Bundestagsfraktion, in der Migrationspolitik pragmatischer zu werden. Und das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Und das ist ein Kurs, den dann auch ein Kanzlerkandidat Robert Habeck tragen würde. Den Länderkurs und nicht den Kurs auf Fraktionsebene. Ja klar, na klar, das ist Design Habeck. Das ist völlig klar. Also regelmäßige Hörer unseres kleinen Podcasts wissen ja, dass wir mehrmals kritisiert haben, dass es diesen aus unserer Sicht unglücklichen Wirkungszusammenhang in der Migrationspolitik gibt. Dass es Aktivisten gibt, die setzen den linken Flügel der Grünen unter Druck. Der linke Flügel der Grünen setzt die restlichen Grünen unter Druck. Und die Grünen setzen die Landesregierung unter Druck. Und über dieses seltsame System, dass im Bundesrat eine Regierung, die sich enthält, wie Ablehnung gewertet wird. Und in den Koalitionsverträgen immer steht, bei Uneinigkeit muss sich die Regierung enthalten. Hast du dann eine Kette, die dazu führt, dass Dinge aufgehalten werden, die eigentlich in der Mitte der Gesellschaft längst Konsens sind. Haben wir oft beklagt hier. Und das ist jetzt ein Ansatz, dass die Grünen dieses Problem beheben. Dass die Grünen sagen, so kommen wir nicht weiter. Wir verlieren in der gesellschaftlichen Mitte an Boden. Und wir brechen mit diesem Zusammenhang. Und mit diesen Grünen könnte dann auch ein Friedrich Merz regieren. Das ist die parteipolitische Variante, die aber natürlich dazugehört. Weil wenn du jetzt siehst, Schwarz-Grün kann Migrationspolitik. Also das soll ja die Botschaft sein. Dann schlägst du ja Leuten wie Markus Söder das einzige Argument aus der Hand, warum nicht mit Schwarz-Grün. Markus Söder sagt, wir sollen die Grünen ausschließen. Und dann sagt er, wegen der Wirtschaftspolitik und dies und das. Und dann sagen die anderen, ja gut, aber die SPD hat ja auch keine gute Wirtschaftspolitik. Und dann sagt Söder, ja, aber die Grünen sind der große, ich glaube, er sagt immer Hemmschuh bei der Migrationspolitik. Was stimmte bisher? Das Argument stimmt. Aber wenn die Grünen die Position verändern würden, würde man dieses Argument sozusagen ihm aus der Hand schlagen. Beim Thema aus der Hand schlagen sind wir dann beim Sicherheitspaket der Ampel. Weil das hat der Bundesrat vergangene Woche in Teilen zumindest gestoppt. Ja, und auch das gehört zu der Geschichte, über die wir gerade sprechen. Also die Ampel, auch nach Solingen, verabredet ein Sicherheitspaket. Dieses Sicherheitspaket wird von den Ampelfraktionen verwässert, kommt in Bundesrat und im Bundesrat verweigert die Union die Zustimmung, weil sie sagen, es geht uns beim Thema Sicherheit, nicht Migration, beim Thema Sicherheit nicht weit genug. Bei Migration durften sie auch nicht mitsprechen. Der Part, der Leistungen für Dublin-Flüchtlinge angeht und so, ist nicht zustimmungspflichtig für den Bundesrat gewesen. Ja, stimmt. Okay, aber also die Union sagt, wir stimmen etwas nicht zu beim Thema Sicherheit, wo es um Polizeibefugnisse geht. Was Frau Faeser ursprünglich wollte, also die SPD-Innenministerin und von der FDP verwässert wurde. Also da hat die FDP die Torte im Gesicht und nicht die Grünen. Sozusagen Schwarz-Grün hat das härtere Sicherheitspaket als die Ampel, was auch eine Botschaft ist. So, jetzt ist die Frage, wie weit kommt Robert Habeck mit dieser Neuaufstellung der Grünen in dieser super sensiblen für diese Partei Migrationsfrage, wo er ja über die Länder versucht, die eigene Bundestagsfraktion unter Druck zu setzen. Wie weit kommt er damit? Und das wird super interessant auf dem Grünen Parteitag in ein paar Wochen. Weil da gibt es schon einen Antrag von Erik Marquardt, ein Europaabgeordneter, seit Jahr und Tag sehr kenntnisreich bei Flüchtlingspolitik engagiert. Und der Antrag geht genau in die entgegensetzte Richtung. Und über diesen Parteitag werden wir in einer der kommenden Folgen von Machtwechsel ganz sicherlich reden. Bis dahin hat die Ampel aber sicherlich noch einiges für uns in petto, den ein oder anderen Gipfel, die ein oder andere überraschende Wachstumsinitiative. Was aber in keinem Fall überraschend ist, ist, dass du das letzte Wort hast. Auf Wiederhören. Vielen Dank.